Hallo, ich freue mich sehr, dass ich am 16. in Paderborn, in meiner alten Heimat Paderborn, im Kreisverband Paderborn eingeladen bin, um mit euch über linke Politik im Rahmen des Europäischen Parlamentes zu diskutieren, euch einen kleinen Input über meine Arbeit in den letzten Jahren im EP zu geben und einige vielleicht auch provozierende Inputs, was linke Politik in Europa sein kann. Und nicht zu vergessen, ich habe vergessen, mich vorzustellen, mein Name ist Sabine Lösing. Ciao, bis bald!